Komm bitte, ich will jetzt wieder den Turm verlieren. Komm greif doch an, was ist denn los? Da kommen sie verschlichen. Oh Mist. Die müssen natürlich genau angreifen. Ja, hau du ab. Er ist Level 7 und haut ab. Wir suchen das einfach weiter. Hau doch nicht immer ab, das ist ja nur ein Paladin. Ah. Eine Sankt Hasen. Das ist noch nicht so. So. Dieses Gehäude abrisen. Ich habe keine Ahnung mehr. Okay, schnell. Ja genau, greift die auch an. Nein, nicht mich. Ah. Genau, ich habe den Paladin. Oh je, der Kampf endet nie. Die Türme brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen noch eine Ratenmenschengilde. Das ist jetzt aber nicht der... Ah Mist. Was ist das? Was ist das? So. Und habt ihr sie jetzt besiegt, oder? Das ist keiner gestorben. Was ist denn vorwärts machen bei den Truppen? Haha, hier greifen alle an. Ich wage jetzt auch mal einen Angriff. Mir ist das schmutzig geil jetzt. Okay. Aber alle. Aber alle. Ja, so gewinnt ihr niemals! Ihr seid so dumm! Okay, die KI ist wirklich schlecht, aber ich mag das Spiel trotzdem. Greift nicht an! Ja, so schaffen wir das nie. Ich verstehe es wirklich nicht. Hahaha, sie sterben wegen den Skeletten. Ja, haltet euch gegenseit. Dankeschön Skeletten. Wir müssen mehr Monstere weiter bauen. Ich weiß nicht, wo die Menschen gehen, die genau hier gebaut werden. Ja, das Level 1 ist ca. Ja, was ist jetzt los? Mist. Geh weg, geh weg! Ah, er hat keine Halt. Doch, er hat Halt. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Puh. Die Mission hat ja ein bisschen länger. So weit, gell? Ja, ja, sterbti nur. Irgendwann habt ihr ein Level-Up. Oh, das bringt nichts. Oh, das bringt echt nichts. Irgendwie müssen wir hier das schaffen. Haha. Oh, das bringt nichts. Yeah. Paladin, du wirst ja ein bisschen streiten. Du stehst jetzt. Okay, er hat gute Angriffe. Ist tot. Gut. Was müssen wir denn eigentlich machen? Ihr müsst das immer wieder zum Leben sein. Ihr wird im Licht um erst durch das Aufgang. Da hat 50 Tage. Da fanden wir natürlich versuchen, das Ritual aufzuhalten. Ihr müsst das verhindern. Mehr den Preis. Okay, wir müssen einfach aushalten. Ein bisschen mehr schützen. Ah ja, und jetzt, weil es geschützt wird, können wir auch T-Memore. Ja toll, so nicht. So wird es wieder abgerissen. Aber sie gehen jetzt gerade nicht. Zum Turm. Ist gut. Wir brauchen immer noch mehr Soldaten. Ich nehme mal wieder ein paar Mietebelle. Und... Oh, jetzt fängt es an, schwer zu werden. Also 55 Targets und 47 Targets, eben hier auch. ... Ja, hau ab, genau in die falsche Richtung. Vielleicht kann sie doch Anni beschützen. Ja, es kann nur noch mit dir helfen. Hallo Dear Lords, da ist nämlich ein guter Ding drin, Krieger, den ich gut aus, also der gute Eimshafter. Oh, es wird noch was. Shit. Beschützen. Ja, wie soll man das schaffen? Ich verstehe es nicht. Wie soll man so etwas schaffen? Ja! Jetzt reicht es mir. Es wandt nicht herum. Hm. Stress kann man echt nichts machen. Sorry, jetzt haben wir verbockt. Es traut niemand dorthin. Es sind alle so hochlevelig, aber es traut sich trotzdem niemand hin. Ja, wir haben Mission verloren. Keine Chance. Die sind einfach zu hochlevelig. 5 für 6. Ja. Okay, ich weiß nicht wie man das schaffen soll. So... ...so vor allem nicht. Ja... Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten, der Show oder der Netflix Play oder so. Schau doch meine, Antoninito! Bis bitte! Bis dann! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020